Häufige Probleme und Lösungen für Vivo Y55 So beheben Sie das Problem mit dem Akku des Telefons. Im Fall des Vivo Y55 erhalten Sie einen erstklassigen Prozessor, der jedes Multitasking, lange Gaming-Sessions und starke Beanspruchung problemlos und sehr flüssig bewältigt. Leistungshungrige Kerne benötigen eine enorme Menge Batteriesaft, um erstklassige Ergebnisse zu liefern, was letztendlich zu einer schnelleren Batterieentladung führt. Möglicherweise haben Sie dies auch in Ihrer Benutzererfahrung bemerkt, da das Telefon nicht länger als 5 Stunden Bildschirmzeit lebt. Es gibt einige andere Fälle, in denen das Original Vivo Ladegerät nicht verwendet wird. Hier erfahren Sie, wie Sie das Problem mit dem schnellen Batterieverbrauch auf dem Vivo Y55 beheben können. Wie kann der Batterieverbrauch des Vivo Y55 schnell behoben werden? Gehen Sie zu Einstellungen Akku vollständige Gerätnutzung anzeigen, um die Bildschirmzeit zu überprüfen. Deaktivieren Sie die automatische Herrlichkeitsfunktion im Einstellungsmenü. Öffnen Sie Einstellungen Apps Deaktivieren Sie Benachrichtigung über nutzlose Apps Anzeigen Deaktivieren Sie WiFi, Bluetooth, GPS und mobilen Hotspot Reduzieren Sie die Bildschirmzeit auf weniger als eine Minute Suchen Sie nach offiziellen Software-Updates Überladen Sie das Telefon nicht Der Bildschirm bleibt hängen und reagiert nicht auf dem Vivo Y55 Beheben Sie das Problem mit dem Telefonbildschirm Ich habe das Vivo Y55 gekauft, um eine reibungslose Benutzererfahrung und eine reibungslose Reaktion auf Berührungen zu genießen Aber manchmal werden Sie feststellen, dass der Bildschirm hängen bleibt und sich nach mehreren Wischvorgängen nicht bewegt Es ist möglich, dass der Bildschirm beschädigt wurde, weshalb Sie auf dem Bildschirm nicht mehr reagieren Versuchen Sie in diesem Fall, das Produkt zu ersetzen Oder fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn sich das Gerät innerhalb der Garantiezeit befindet Aber bevor wir uns auf all diese Probleme einlassen, versuchen wir einige Tricks, um das Problem mit der Bildschirmreaktion zu lösen Wie behebt man, dass das Vivo Y55 immer wieder einfriert? Starten Sie Ihr Telefon einfach mit dem Netzschalter neu Sie können Ihr Telefon auch im abgesicherten Modus starten Installieren Sie die Display-Tester-App, um den Bildschirm ordnungsgemäß zu überprüfen Der letzte Schritt besteht darin, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen Vivo Y55 bleibt beim Startbildschirm hängen Beheben Sie das Problem mit der Bootschleife des Telefons Es ist sehr ungewöhnlich, dass Ihr Telefon auf dem Startbildschirm hängen bleibt Dies ist wahrscheinlich aus den folgenden zwei Gründen der Fall Erstens, wenn das Gerät einige Fehler aufweist, die das Problem verursachen Im zweiten Fall habe ich versucht, den Bootloader zu entsperren, um ein benutzerdefiniertes Rohm zu flaschen Aber Sie entsperren den Bootloader nicht auf präzise Weise Im Allgemeinen wird dieses Problem als Bootloader bezeichnet und erfordert die Hilfe eines erfahrenen Technikers Wenn dies der zweite Fall ist, empfehlen wir Ihnen daher dringend, sich an einen Fachmann zu wenden, um dieses Problem zu lösen Häufige Probleme im Zusammenhang mit Realm GT Neo Flash Wie behebt man, dass das Vivo Y55 auf dem Startbildschirm hängen bleibt? Drücken Sie lange die Ein-Aus-Taste plus Lauter-Taste, um das Telefon auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein Zweitens können Sie versuchen, in den abgesicherten Modus zu boten Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update Löschen Sie die Cache-Partition des Telefons Löschen Sie alle Daten mit Hard Reset Besuchen Sie Ihr nächstgelegenes Vivo Care Center Das Problem der hohen Temperatur in Vivo Y55 Beheben Sie das Problem mit der Telefonheizung Überhitzungsprobleme können aus verschiedenen Gründen auftreten Das häufigste Szenario ist jedoch, dass Sie das Gerät überladen haben oder einige Stunden lang Spiele gespielt haben Abgesehen davon gibt es einige Benutzer, die die Hitze auf der Rückseite bemerken Hier sind die folgenden Tricks, mit denen Sie Erwärmungsprobleme auf Ihrem Vivo Y55 leicht vermeiden können Wie behebt man das Heizproblem des Vivo Y55? Überladen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie das Original-Vivo-Ladegerät? Sie können das System neu starten, indem Sie auf Neustartvorgang fortsetzen klicken Deaktivieren Sie WiFi, GPS-Standort und Bluetooth, wenn Sie nicht benötigt werden Schließen Sie alle unnötigen Hintergrund-Apps Schließlich können Sie nach Systemaktualisierungen suchen Beim Verbinden mit WiFi auf dem Vivo Y55 ist ein Problem aufgetreten Beheben Sie das WLAN-Problem im Telefon Heutzutage ist das Internet so ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden, dass wir in einem Fall nicht mehr darauf verzichten können Außerdem erhalten Sie verschiedene Informationen und erstaunliche Memes, die Ihren Tag glücklich machen werden Aber aus irgendeinem Grund kann das Telefon keine Verbindung zu WiFi herstellen In diesem Fall können Sie zu den Quick-Fix-Optionen für Ihre WiFi-Verbindung des Vivo Y55 gehen Hier sind die Wege Wie behebt man das WLAN-Problem des Vivo Y55? Starten Sie das System neu, um die Verbindungseinstellungen zu aktualisieren Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der WLAN-Reichweite befinden Vergessen Sie das WiFi-Netzwerk und verbinden Sie es erneut Ändern Sie, ob es ein Problem mit dem Router oder Modem gibt Untersuchen Sie das WLAN-Verbindungskabel sorgfältig Schließlich können Sie versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen Wie behebt man, dass das Vivo Y55 immer wieder vom WLAN getrennt wird? Wenn das WLAN auch nach dem Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen weiterhin getrennt wird, können Sie die nächste Methode ausprobieren Halten Sie WLAN-OP-Dionen gedrückt Halten Sie WLAN-Optionen gedrückt Drücken Sie die Einstellungstaste für das bevorzugte Netzwerk Wählen Sie weitere Optionen anzeigen aus Ändern Sie die IP-Einstellungen von DHCP auf Statisch Versuchen Sie schließlich, sich wieder mit Ihrem bevorzugten Netzwerk zu verbinden Apps werden nicht aus dem Google Play Store in Vivo Y55 heruntergeladen Beheben Sie Probleme beim Herunterladen von Apps aus dem Play Store Im Allgemeinen werden Sie keine Schwierigkeiten haben, Anwendungen über den Google Play Store zu aktualisieren und zu installieren Wenn Sie jedoch während des Installations- oder Aktualisierungsvorgangs eine Fehlerbehebung erhalten, bietet der nächste Abschnitt schnelle Lösungen Also, ohne weitere Umschweife, fangen wir an Wie behebt man das Problem, dass das Vivo Y55 keine Apps im Google Play Store installiert oder aktualisiert? Überprüfen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung Starten Sie das Gerät neu, um dieses Problem zu beheben Gehen Sie zu Einstellungen Apps Google Play Store Speicherdaten löschen und Cache lehren Wenn der obige Schritt nicht funktioniert, erzwingen Sie das Stoppen der Google Play Store App Einstellungen Allgemeine Verwaltung Datum und Uhrzeit Automatisches Datum und Uhrzeit aktivieren Überprüfen Sie, ob das Gerät über genügend internen Speicherplatz verfügt oder nicht Entfernen Sie alle Google-Konten und melden Sie sich mit Ihrem primären Gmail-Konto an Bluetooth-Probleme in Vivo Y55 Beheben Sie das Bluetooth-Problem des Telefons Früher war Bluetooth die einzige Möglichkeit, Daten drahtlos zu übertragen Aber heutzutage ist Bluetooth grundsätzlich schwierig, verschiedene Geräte zu verbinden Obwohl es ein häufiges Problem ist, Bluetooth nicht mit einem neuen Gerät zu verbinden Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn wir haben alle Tricks behandelt, die Ihnen helfen Bluetooth auf sehr einfache Weise mit dem Vivo Y55 zu verbinden Wie behebt man das Bluetooth-Kopplungsproblem in Vivo Y55? Bringen Sie die Benachrichtigungsleiste herunter Schalten Sie Bluetooth aus und verbinden Sie es erneut Aktivieren Sie den Flugmodus über das Benachrichtigungsfeld und schalten Sie ihn aus Starten Sie das Vivo Y55 einmal neu Entkoppeln Sie das Gerät und suchen Sie erneut nach dem Gerät Gehen Sie zu Einstellungen Anwendungen Filter Optionen System Apps Anzeigen aktivieren Bluetooth Speicher Cache leeren Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Ihrem Telefon kompatibel ist Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone oder Bluetooth-Gerät herzustellen Sie können auch versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update Textnachrichten werden nicht in Vivo gesendet Y55 Problem mit Telefonnachrichten beheben Das Android-Ökosystem bietet viele Anwendungen, über die Sie problemlos mit Ihren Lieben kommunizieren können Häufige Probleme im Zusammenhang mit Samsung Galaxy R8 Außerdem können Sie ein Gespräch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie beginnen Aber aus irgendeinem Grund wird die Textnachricht SMS nicht an den Kontakt gesendet oder Sie erhalten eine Fehlerbehebung Befolgen Sie in diesem Fall diese Anleitung Wie behebt man, dass das Vivo Y55 keine Textnachrichten SMS senden kann? Starten Sie zuerst Ihr Gerät neu Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist Überprüfen Sie Ihre Mobilfunknetzverbindung Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunkanbieter einen ausgehenden SMS-Dienst hat Drücken Sie lange auf die Nachrichten-App Tippen Sie auf Stopp erzwingen Löschen Sie die Daten und den Cache der Nachrichten-App Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, um einfach Textnachrichten zu senden Wenn der obige Trick nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter So löschen Sie den Cache und die Daten der Nachrichten-App Tippen und halten Sie die Nachrichten-App Klicken Sie auf Anwendungsinformationen Klicken Sie auf Speicher Cache löschen und Daten löschen Netzwerkproblem in Vivo Y55 Telefonnetzproblem beheben Es ist ein sehr häufiges Problem, dass das Vivo Y55 kein Netzwerk anzeigt, da kein Netzwerk verfügbar ist oder die SIM-Karte nicht registriert ist In diesem Fall können Sie die nächsten Schritte überprüfen Wie behebt man, dass das Internet auf dem Vivo Y55 nicht funktioniert? Starten Sie Ihr Vivo Y55 Smartphone neu Setzen Sie die SIM-Karte erneut ein, um Netzwerke von Anfang an zu aktivieren Aktivieren und deaktivieren Sie den Flugmodus, um Netzwerke für einige Sekunden einzuschränken Wechseln Sie in den abgesicherten Modus, um den Zugriff von Drittanbieter-Apps zu vermeiden Setzen Sie die Netzwerkverbindungseinstellungen zurück Hier sind einige erweiterte Optionen Erster überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts Öffnen Sie die Einstellungen-App Netzwerk und Internet-Mobilfunknetz Erweitert suchen Sie nach Netzwerk automatisch auswählen und schalten Sie es ein Zweiter deaktivieren Sie den Roaming-Modus Gehen Sie zum Einstellungsmenü Klicken Sie auf Netzwerk und Internet-Mobilfunknetz Deaktivieren Sie die Roaming-Option Probleme mit der Kamera Vivo Y55 Problem mit der Telefonkamera beheben Die Kamera App funktioniert manchmal nicht und bleibt auf dem Kamera App Bildschirm hängen und nimmt keine Bilder auf Darüber hinaus funktioniert die native Kamera App nicht richtig, während Sie die Momente Ihres Lebens festhalten Abgesehen davon können Kameraprobleme auch aufgrund von Fehlerproblemen auftreten In dieser Szene empfehlen wir Ihnen, dem Lösungsabschnitt zu folgen Wie behebt man Kameraprobleme auf dem Vivo Y55? Gehen Sie zum Setup-Menü Wählen Sie Anwendung verwalten Suchen Sie die Kamera App Gehen Sie in Richtung der Speicher-Option Tippen Sie auf Cache löschen und Daten löschen Gehen Sie zurück und klicken Sie auf Stopp erzwingen Finden Sie das neueste Android-Update Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück Das Vivo Y55 schaltet sich plötzlich aus und lässt sich nicht einschalten Beheben Sie das Problem beim Neustart des Telefons Das Problem tritt normalerweise auf, wenn die Firmware einen Fehler oder Malware enthält Es kann auch passieren, wenn die inneren Teile des Smartphones beschädigt sind Im schlimmsten Fall müssen Sie Ihr Gerät zum nächsten Service-Center bringen Damit Ihr Vivo Y55 wieder funktioniert Wie behebt man, dass das Vivo Y55 immer wieder zufällig heruntergefahren wird? Überprüfen Sie, ob das Telefon physische oder flüssige Schäden aufweist Wenden Sie Force Restart an, indem Sie die Leiser Plus ein Austaste gedrückt halten Wenn das immer noch nicht funktioniert, schließen Sie das Gerät an, um es aufzuladen und versuchen Sie dann einen erzwungenen Neustart Hinweis, wenn es sich um einen physischen oder Software-Schaden handelt empfehlen wir Ihnen, so schnell wie möglich einen Fachmann aufzusuchen Beheben Sie das Problem, dass das Telefon immer wieder neu gestartet wird Das Vivo Y55 ist ein anständiges Smartphone und das Unternehmen leistet großartige Arbeit und bietet großartige Funktionen Wenn Ihr Gerät jedoch immer wieder neu startet, liegt dies höchstwahrscheinlich an der Firmware oder den Einstellungen der Benutzeroberfläche Wenn sich das Gerät in der Garantiezeit befindet, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät so schnell wie möglich auszutauschen Aber vorher können Sie versuchen, dieses Problem mit der folgenden Anleitung zu lösen Wie behebt man das Problem, dass das Vivo Y55 immer wieder neu startet? Starten Sie das Gerät im abgesicherten Modus Verbinden Sie es mit dem Ladegerät und starten Sie das Smartphone neu Setzen Sie alle Einstellungen für ein reibungsloses Erlebnis zurück Zu guter Letzt können Sie auch einen Werks-Reset versuchen Ghost Touch Virgin auf dem Vivo Y55 Beheben Sie das Problem mit der Telefonberührung Vivo-Telefone haben den besten Bildschirm Ich habe hier ein sehr guter Problem mit der Telefonberührung Ich habe hier ein sehr guter Problem mit der Telefonberührung